Okay Leute, du und hier? Ich werde dich beflügt. Ineinander. Baaaaaaaah! Baaaah! Baaaaah! Oh mein Gott, Leute, ihr seid ja auch schon da und habt wieder den Weg hierhin gefunden. Herzlich Willkommen zurück auf diesen Kanal, Leute. Und ich möchte euch mal bitten, habt ihr Bock jetzt bei diesem Video? Es handelt sich um ein komplett neues Thema. Wir fangen ja gleich an. Aber wartet mal, ihr wollt wieder gegrüßt werden. Willst du auch gegrüßt werden? Dann schick jetzt dieses Video an fünf Freunde in WhatsApp, Leute. Und dann kann ich einen grüßen. So wie jetzt. Herzlichen Glückwunsch, du wurdest gerade gegrüßt. Aber Leute, wir haben jetzt so viele Videos gemacht mit dem unbekannten Mann. Heute machen wir mal was komplett was anderes. Nämlich ich war im Kino gewesen und ich habe gesehen, dass bald ein neuer Sonic-Film rauskommt. Und ihr könnt euch erinnern, wir haben vor zwei Jahren einen Sonic-Zaubertrank getrunken. Wir haben uns gruselige Sonic-Ex-Filme angeschaut. Was haben wir noch alles gemacht? Wir haben Sonic in Facetime angerufen und wir haben ihn niemals besiegt, Leute. Wir haben es nicht geschafft, Sonic-Ex zu besiegen. Und ich dachte mir mal, bevor diese ganzen Videos losgehen, bevor die ganzen Haufenweise von Videos kommen von Sonic-Ex, wenn der Kinofilm losgeht, Leute. Wir werden heute Sonic-Ex in Facetime anrufen. Aber wenn wir das machen sollen, Leute, ja, dann nehmt jetzt mal bitte wirklich heute euren Daumen in die Hand und rockt das Video jetzt mal mit 1000 Likes, Leute. Sonst machen wir das nicht. Könnt ihr das machen? Okay, ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind die 1000 Likes da, glaube ich. Okay, Leute, und dann würde ich sagen, wer ist der größte Feind von Sonic-Ex? Es ist Sonic-Metal, Leute. Es gibt noch einen anderen Sonic. Wie viele Sonics gibt es denn? Schreibt es jetzt auch gerne mal in die Kommentare rein. Auf jeden Fall gibt es noch Sonic-Metal. Und ich dachte mir mal, wir rufen erst mal Sonic-Ex an, weil er mag uns sowieso nicht. Sonic-Ex ist richtig böse. Und danach rufen wir zur gleichen Zeit Sonic-Metal an. Leute, ich habe auch die Nummer von beiden hier. Wer jetzt auch die Nummer haben wir, Leute? Schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Okay, Leute, hier haben wir die Nummer von Sonic-Ex da. Ich blende es jetzt noch nicht mal ein. Jetzt habt ihr die Auswahl. Sollen wir ihn in den Nachricht schicken, anrufen oder im Videocall anrufen? Wie bitte, ihr mag wirklich, wir sollen ihn direkt in Facetime anrufen? Und nicht wie letztes Mal ihn erst mal schreiben? Okay, Leute. Okay, dann machen wir das halt. Ich würde sagen, okay, wir rufen ihn erst an. Und danach, ich zeige es euch mal auf dem zweiten Handy ganz kurz. Wir haben hier ein zweites Handy da, Leute. Und dann rufen wir zur gleichen Zeit Matic-Songal an. Und ich zeige euch auch mal seine Nummer ganz kurz. Okay, Leute, und hier haben wir die Nummer von Metal Sonic da. Das heißt, wir werden ihn erst mal anrufen und dann rufen wir Metal Sonic an. Wie schaut denn der bitte aus? Okay, der schaut auf jeden Fall schon richtig komisch aus und auch im Videochat. Der geht ja... Der geht ja... Hallo? Sonic X? Hallo, kann man hört? Ja, wir haben uns... Lange nicht gehört. Sorry, wir haben uns ein Ja bei dir nicht gemeldet. Ich weiß, ähm... Willkommen zu Lekt. Ich wollte dich fragen. Ich will mit dir keinen Streit haben. Ich will dir nur einen Vorschlag machen. Ja? Ich weiß, wir haben uns schon ziemlich oft gestritten. Was willst du? Ähm, ich hab die Nummer auf dem zweiten Handy da von Sonic Metal. Ja? Und den würde ich jetzt gern mal gleichzeitig anrufen lassen. Wäre das für dich in Ordnung? Er ist mein größter Feind. Bitte ruf ihn an sofort. Es wäre für dich in Ordnung? Bitte doch. Okay, dann lege ich dich mal ganz kurz weg, okay? Und dann rufen wir Sonic Metal an, okay? Ich? Okay? Kannst kaum erwarten. Passt das? Okay. Oh, bitte. Leute, da ist er. Okay, jetzt rufen wir Sonic Metal erstmal an. Wir reden erstmal kurz mit Sonic Metal, Leute. Okay? Hallo? Hallo Sonic Metal! Ähm... Wer bist du? Ich bin's. Wir haben noch nie miteinander gesprochen. Ich bin KarnbergTV. Okay. Und ich wollte dich mal fragen. Ja? Ich hab ein Riesenproblem mit Sonic X. Bald gehen die Kinofilme los. Und die einzigste Hoffnung, die mir bleibt, bist du? Und ich hab ihn gerade schon gefragt. Ah... Und er meinte... Ich mag ihn. Ihr könnt mal gegenseitig miteinander sprechen. Dann hat vielleicht der Krieg mit mir auf. Hast du darauf Lust? Gerne, bitte, bitte, bitte. Es passt? Ja. Okay, dann würde ich ihn jetzt mal dazu holen, okay? Ja. Okay, dann lass die mal miteinander reden. Ich hol dich jetzt mal dazu, Sonic X. Hallo, Sonic X. Sonic Metal? Ja, wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Oh, ich will dich wirklich kriegen. Ha? Ich will dich bekriegen. Wie bitte? Du bist gegen mich? Natürlich. Wollen wir uns mal treffen? Du bist mein größter Freund. Ich glaube, du hast keine Chance, gegen dich zu gewinnen. Warum erinnerst du die ganze Zeit, Leute? Es gibt nur einen Sonic und das bin ich. Wie erinnerst du heute? Ich bin Sonic X. Ich würde dich besiegen. Metal Sonic? Ich komm jetzt vorbei. Metal... Metal Sonic? Ich komm jetzt. Okay, halt auf. Okay, ihr meint, dass ihr jetzt beide vorbeikommt? Ich komm jetzt. Auch du? Natürlich. Und nicht du. Okay, dann bist gleich Sonic X. Ich bin richtig böse. Oh mein Gott, das gibt's nicht. Leute, die meinten, dass die Bar... Jetzt hier. Habt ihr's gehört? Da hat doch jemand geklopft, oder? Leute, ich hab da gerade was gehört. Ich hab auch hier ne... Ich hab wieder ne Taschenabelle. Lasst Leute, ich hab da was gehört. Lass uns mal nachschauen. Leute, warum ist die Tür offen? Warte, warum ist die? Leute, warum ist die Tür offen? Leute, der wird doch... Leute, ihr denkt ihr, die beiden sind schon da. Sonic Metal und Sonic X? Sollen wir uns mal umschauen? Aber ganz leise. Warte, dann lass uns mal... Lass uns mal hier schauen, ob da vielleicht... Ah, komm. Äh, Sonic? Das ist Sonic X, Leute. Sonic X? Wir wollen mit dir nichts machen. Wir wollen dir nichts Böses. Kannst du uns vielleicht hier nicht fliegen lassen? Ich hab... Ich hab... Outro WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh Leute, oh Leute, das war Sonic X gewesen, aber wo ist Sonic Metal und ich glaube der hat mich, der hat mich, oh mein Gott, der hat mich, oh Leute, der hat mich getroffen, oh okay, oh mein Gott, oh mein Gott, die hat mich getroffen, Leute, der muss aber noch in der Wohnung sein, oder? Oh mein Gott, das gibt's doch nicht, äh, Sonic X, Sonic X, Sonic X, Sonic Metal, wisst ihr, das gibt's doch nicht, ist doch hier irgendwo, Sonic X, Sonic, wisst ihr nicht, wo kann der Nuss sein, Leute? Habe ich nicht! Der ist da, warte, wo ist der nur hin, die einzigste Möglichkeit ist, im Schlafzimmer nachzuschauen, Sollen wir das mal machen? Na, schauen hab ich keiner nicht sehen, warte mal, Sonic, oh mein Gott, oh mein Gott, Sonic X, Sonic X, ich, ich will mit dir wirklich, nein, nein, ich will mit dir wirklich keinen Stress haben, Sonic, warte, ja, ich komm doch, Sonic, ich will mit dir wirklich keinen, ich will mit dir keinen Stress haben, Bitte lass mich bitte entfliegen, Sonic, Sonic, stop, 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 Sonic X, wo bist du? Wo ist mein König, Sonic X, ich bin dein Krieger, Sonic, wo bist du, Sonic X, mein Krieger, wo bist du? Ich will mit dem Film mit dir zusammen, Sonic X, wo bist du, mein Krieger, Sonic, Sonic, Sonic X, wo bist du, mein Krieger, Sonic X, wo bist du, mein Krieger, Sonic X, wo bist du? Vielen Dank.